Ja, hallo, ich befinde mich hier im Klostergarten und ja, ist alles schön herzlich geworden. Wenn ihr mal schaut, dahinter ist der Teilfriedhof. Zeig euch mal. Ja, es ist alles schön geworden. Und zur Zeit wird noch unsere Terrasse vorne neu gestrichen, damit die jetzt auch winterfest gemacht wird. Und da ist ein bisschen Wein zu sehen. Ansonsten ist es wirklich ein total schöner, ruhiger Ort hier im Klostergarten in der Abtei Hamburg.